In diesem Video erfahrt ihr, wie mein Steinbach Poolrunner S63 sich jetzt zwei Jahre lang bei mir geschlagen hat. Hat der irgendwelche Wehwehchen oder gibt es irgendwas zu kritisieren? Ich werde es euch zeigen. Viel Spaß beim Zuschauen! Der Steinbach Poolrunner S63 ist nicht mein erster Poolreiniger. Ich hatte vorher einen von Intex, der an dem Sandfilter angeschlossen wird, aber da war ich gar nicht mehr zufrieden. Das Ding funktionierte für mich überhaupt nicht. Dann habe ich mir dieses Gerät hier gekauft. Der hat 9 Meter langes Kabel und ist für Pools bis 18 Quadratmeter Grundfläche geeignet. Arbeitet vollautomatisch. Ja, und den habe ich jetzt zwei Jahre bei mir in Betrieb und ich muss sagen, er läuft und läuft und läuft. Außer, dass er ab und zu mal ein bisschen quietscht unter Wasser, kann man da nichts Negatives drüber sagen. Ich werde euch mal zeigen, wie das Ganze von innen aussieht und wie er gereinigt wird. Um den Bodensauger zu öffnen, brauchen wir einfach nur die seitlichen Klappen hier zu öffnen. Die werden zur Seite weggeschoben. Ja, und dann hat man schon das Innenlehm vor sich. Hier sieht man schon, der hat schon ganz schön viel Dreck rausgeholt aus dem Pool. Und das kippt man dann einfach aus. Idealerweise geht man dann eben nochmal mit einer Bürste hinterher und ein bisschen Wasser, damit er vor innen auch wieder ganz clean ist. Ich verzichte hier jetzt mal drauf. Ich kippe das jetzt einfach mal weg und mache dann den Deckel wieder zu. Das reicht dann nochmal für eine komplette Reinigung des Bodens. Oberhalb des Gerätes, da wo sich die Motore befinden, haben wir hier so einen schönen kleinen Mikrofilter, nenne ich ihn mal. Das ist so eine Garze. Die kann man auch entnehmen. Einfach mit einem Fingernagel eine Seite etwas drunter und dann kann man das Teil rausnehmen. Eine Spüle eben einmal reinigen und dann wieder einsetzen. Hinten und vorne haben wir dann die, ich nenne sie mal Düsen. Die sind mit so einer Silikonklappen versehen und hier haben wir eine Gradeinstellung. Ich kann also beide Seiten so einstellen, dass der Sauger sich im Wasser nicht immer im Kreis dreht, sondern auch seine Bahn schön hin und her zieht, sodass das Kabel sich nicht immer weiter aufrollt. Sonst, wenn man ihn nur im Kreis fahren lassen würde, hätte man nachher ein Problem mit der Zuleitung. Die würde sich natürlich irgendwann so weit aufrollen, dass der eben nicht mehr laufen kann. Dann würde er daran festhängen. Ja, zu macht man ihn dann auch wieder in umgekehrter Reihenfolge. Einfach Deckel obendrauf, die Klappen eben einrasten lassen. Unten sehen wir noch eine schöne Bürste. Und wir haben natürlich auch Ein- und Auslässe. Die sind nochmal mit einer Klappe gesichert, sodass, wenn man ihn zum Beispiel aus dem Pool rausnimmt, der ganze Dreck nicht wieder im Pool landet. Ja, so kleine Röllchen sind da auch noch vorhanden, damit er dann auch die Wände etwas erklimmen kann. Und hier sind die besagten kleinen Klappen, die sich dann eben schließen. Beim Saugen gehen sie auf. Ja, und dann kann eben kein Dreck zurück in den Pool gelangen. Die Steuereinheit ist nichts Weltbewegendes. Wir haben einen Ausschalter und einmal einen Zeigeknopf. S, M und L, Small, Medium, Large. Das bestimmt dann halt die Poolgröße. Dann läuft er dementsprechend auch nicht so lange, wenn ich auf Small oder auf Medium gehe. Ja, hier haben wir den kleinen Stecker mit einem Überwurfmutter. Und das ist die ganze Bedienung von dem Gerät. Ich lasse den Poolsauger einmal am Tag laufen für einen Zyklus. Das ist ungefähr eine Stunde. Und dann ist der Boden und die Wände soweit sauber, dass ich ihn wieder rausnehmen kann. Nach Bedarf kann man ihn natürlich nochmal zusätzlich einsetzen, wenn sehr viel Dreck in den Pool gelangt ist. Aber sonst ist es kein großer Aufwand. Wie man sieht, kann er auch so leicht die Wände hochklettern, bis sich der Motor wieder umschaltet auf der anderen Seite. Und dann fährt er wieder die Bahn zurück. Selbstverständlich, ähnlich wie bei einem Rasenmäher-Roboter, trifft er nie die gleiche Spur. Sondern er wird immer irgendwo daneben liegen und dadurch, durch dieses Zufallsprinzip, wird der ganze Boden eben perfekt gesaugt. Wenn ich jetzt etwas negativ sagen müsste, würde ich sagen, man kann ihn hören. Manchmal quietschen die Räder etwas. Man kann da ja auch nicht großartig fetten. Macht dann so ein bisschen ratternde Geräusche. Die übertragen sich natürlich in den Pool hervorragend. Aber er ist jetzt nicht wirklich sehr laut. Es ist halt hörbar. Das würde ich jetzt mal so als negativen Punkt eben aufführen wollen. Ansonsten kann ich sagen, er macht, was er soll. Er reinigt den Pool optimal. Und das für wenig Geld, wie ich finde. Da gibt es also Pool-Sauger, die natürlich auch mehr können. Aber auch deutlich mehr Kosten. Und für diesen Preis, muss ich sagen, funktioniert das Gerät wirklich zuverlässig. Ich hätte es nicht gedacht. Also wie gesagt, zweite Saison jetzt. Und ja, absolut problemlos. Ich habe absolut keine Probleme damit. Die Bedieneinheit lasse ich übrigens immer draußen stehen, bei Wind und Wetter. Die scheint also so mit Wasser dicht zu sein. Und ja, das Kabel selbst hat eine Länge von 9 Meter. Und diese Pumpen, die da drin sitzen, die machen 12 Kubik. Also die schieben das Teil schon ganz schön an. Also man kann schon richtig sehen, wie das Ding durchs Becken zischt. Finde ich richtig klasse. Ein positiver Nebeneffekt ist auch noch, dass durch den Wasserstrahl selbst, der dann auf der einen Seite austritt, alles nochmal schön aufgewirbelt wird. Falls da noch irgendwelche große Partikel auf dem Boden liegen. Und die werden dann eben durch den Skimmer aufgenommen. Also auch eine tolle Sache. Falls ich euch jetzt heiß auf diesen Poolsauger gemacht haben sollte, ich verlinke euch den gerne unten in der Videobeschreibung. Ihr könnt ihn euch da bestellen. Ich bekomme eine kleine Provision. Ihr braucht dafür aber nicht mehr bezahlen. Der ist dann genauso teuer, als wenn ihr ihn ohne meinen Provisionslink kaufen würdet. Eine kleine Anmerkung noch. Es kann passieren, es ist ganz, ganz, ganz selten der Fall, aber es kann passieren, dass er sich auch mal auf den Kopf setzt. Wenn er also ziemlich weit die Wand hochgefahren ist und dann irgendwo sich verhakt hat und dann die andere Düse geht an, dann schmeißt er sich eben einmal auf den Kopf. Aber spätestens nach dem nächsten Wechsel der Richtung dreht er sich wieder um und landet wieder auf seine vier Räder. Also ihr braucht euch da wirklich nicht drum kümmern. Das Teil kann die ganze Zeit eigentlich unbeaufsichtigt laufen. Und wenn er mal auf dem Kopf liegt, keine Panik. Der findet seinen Weg wieder zurück auf seine vier Räder. Das war auch schon alles, was ich euch zu sagen habe. Ich wünsche euch viel Spaß in eurem sauberen Pool und schaltet doch gerne wieder ein. Aber vergesst nicht, das kostenlose Abo, einmal Abo drücken und die Glocke aktivieren. Dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video von mir gibt. Bis bald, euer Andy.